Ich mache Karate gerne, weil ich einfach gerne mit anderen Leuten zusammen Sport treibe. Weil es mich im Alter noch fit hält. Mir gefällt ein Karate so gut, dass es meinen Körper ganzheitlich trainiert. Ich mache Karate, weil es viel Spaß hat und ich immer mehr Freunde treffe. Es ist auch eine Herausforderung. Ich brauche mal was Neues. Es ist super für das Körperfühl, Koordination, Ausdauer, alles kompakt in einer Sportart. Weil es Spaß macht und weil es uns gut tut. Und weil es ein geiles Ganzkörbeltraining ist und super nette Leute bei sind. Untertitelung des ZDF, 2020